Grüß Gott. Der Markus. Ist der Markus da? Welcher Markus? Der Chef des Hauses. Ach so, der... Kommissarleitkönig. Nein, der ist leider heute nicht da. Also ich bin Vertretung. Walter Fritschig. Ich bin Stammkunde hier und ich habe einen Bencliffe bestellt. Whisky meinen Sie, oder? Ja, ein Bencliffe Whisky. Habe ich noch nie gehört. Das ist ein Single-Malt-Scotch. Sehr selten. Very rare. Ich glaube, Sie meinen den Benrir. Ich kenne auch den Bencliffe, den nicht so viele Menschen kennen. Aber bitte, dann nehme ich einen Benrir, bitte einen Zwölfjährigen. Bitte. Das ist schön. Sehen Sie das? Sie hätten mir die Flasche verkauft wahrscheinlich jetzt, trotz der Beschädigung. Ich kann Ihnen gerne eine Ermäßigung anbieten von 2%-Skonto auf die Flasche. Wenn ich nichts gesagt hätte, hätten Sie mir eine Flasche gegeben, die mehr oder weniger beschädigt ist. Eine Beschädigung ist aber, glaube ich, was anderes. Also die Flasche, schauen Sie, sie ist schon weg, ja? Das ist die Flasche ganz in Ordnung. Ich überlege ernsthaft, mit dem Kommersialdaten Dr. König über die ganze Angelegenheit zu sprechen.